Wir haben mittlerweile eine Politik, die die Wirtschaft fast stranguliert. Und dann ist lange Zeit gesagt worden, wir bereiten euch vor für die schöne neue Welt, wo wir unsere grünen Produkte weltweit verkaufen können. Da kommt sogar noch ein neues Wirtschaftswunder raus. Das traut sich jetzt keiner mehr zu sagen, weil wir ja das Gegenteil... Deutschland ist im freien Fall. Alles dank grüner Ideologie und planwirtschaftlichem Wahnsinn. Während die Regierung im Klimawahn das eigene Land ruiniert, wird die deutsche Industrie systematisch zerstört, unsere Energieversorgung geopfert und Milliarden in sinnlose Projekte gepumpt. Hochqualifizierte Deutsche fliehen ins Ausland, während unser Sozialsystem für unqualifizierte Migranten aus der dritten Welt offen steht. Die Politik hat sich völlig von der Realität entfernt, gefangen in utopischen Luftschlössern, während unsere Wirtschaft stranguliert wird. Ist das das Ende der stolzen Industrienation? Ein Land, das einst für Wohlstand und Innovation stand, versinkt im grünen Sumpf der Deindustrialisierung und Staatsgläubigkeit. Und keiner traut sich, die Wahrheit auszusprechen. Star-Ökonom Sinn spricht genau diese Wahrheit aus. Und das schauen wir uns... Star-Panelen, die wir in Deutschland auf die Dächer bauen, werden in China hergestellt. Und die Elektroautos kommen eben auch aus China. Ganz vorne ziemlich ist auch der Fiat 500e. Das ist ein französisches Auto. Also Deutschland schafft es nicht so richtig, mit dieser Klimapolitik industriepolitische Vorteile zu erzielen. Und das ist eben auch ganz einfach erklärbar. Wir haben eine starke Industrie. Wir brauchen ganz viel Strom. Und den Strom, den kriegen wir jetzt aus Wind- und Solarpaneelen, das klappt nicht wirklich auf die Dauer. Denn man braucht in den Dunkelflauten halt alternativen Strom noch, nämlich die konventionellen Kraftwerke. Weil Batterien oder Speichersysteme, die in der Lage sind, den Strom vom Sommer auf den Winter zu transportieren, gibt es nicht. Wird es auch vorläufig nicht geben. Und das macht die Sache sehr, sehr teuer. Wir haben Parallelstrukturen, also hohe Energiekosten. Und dann schalten wir auch noch das ab, was wirklich CO2-neutral ist. Das ist die Atomkraft. Da sind wir ausgestiegen, während die ganze Welt wieder einsteigt. Die Japaner sind voll wieder drin. Die Franzosen hatten Probleme mit ihren Anlagen. Die haben sie repariert. Und Frankreichs Präsident genehmigt, alle paar Monate wieder einen neuen Schwung von Atomkraftwerken, die in Frankreich gebaut werden sollen. Wofür sind die da? Um eben den Atomstrom dann nach Deutschland zu liefern. So läuft das. Da machen die das Geschäft. Und für uns wird es teuer. Ändern. Aber es gibt starke Kräfte, die wollen das in eine dirigistische, zentralistische Wirtschaftsform ändern. Das merken Sie an der öffentlichen Diskussion in Berlin. Da ist ein Missstand. Und dann wird da eine Anordnung von Staatswegen gemacht, um das Problem zu lösen. Firmen sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Kein Problem. Sie kriegen eine Subvention. Also immer mehr Staat zur Lösung der Probleme. Aber der Staat ist es nun gerade nicht, der die Probleme lösen kann. Wir müssen die Kräfte des Wettbewerbs wieder entfalten, sodass wir an das alte Wirtschaftswunder anknüpfen können, mit dem Wohlstand für alle, wie Ludwig Erhard das seinerzeit geschafft hat. Und dann wird eben nicht technisch und ökonomisch überlegt reagiert, was kann man denn wirklich machen, sondern es wird überstürzt mit Verboten und Geboten gearbeitet. Und so durchzieht ein neues Regulierungssystem dieses Land. Und wie Gulliver einst auf seinen Reisen, wird er von den Zwergen mit lauter kleinen Fäden gefesselt und kann sich kaum noch bewegen. Die Firmen ersticken in dem Bürokratieapparat, der über sie gestört. Klar, Frankreich bezieht 70 Prozent seines Stroms aus der Kernenergie. Deutschland überhaupt keinen mehr. Das ist ein kardinaler Fehler, der gemacht wurde vor über zehn Jahren, im Jahr 2011, als Frau Merkel da die Kehrtwende nach Fukushima einläutete, indem sie nicht etwa Ökonomen und Techniker und Physiker fragte, was zu machen ist, sondern eine Ethikkommission eingesetzt hat, um hier die wirtschaftspolitischen Weichen für die Bundesrepublik Deutschland zu stellen. Also das war wirklich ein fundamentaler Politik. Jahrzehnte, die wir investieren müssen, um Deutschland wieder fit zu machen. Nicht Nummer eins ist, wir müssen beim demografischen Problem ansetzen. Die Babyboomer sind 60 Jahre, wollen nicht mehr mitmachen in Kürze, weil sie alt sind. Wir brauchen Nachwuchs, 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 Nachwuchs von qualifizierten jungen Menschen, die wir auch besser ausbilden. Wir sind in den PISA-Statistiken runtergefallen. Wir müssen in der Klimapolitik eine Wende machen. Wir müssen uns den neuen Techniken wieder öffnen, Kernenergie. Es gibt ja jetzt die Molten-Salt-Reaktors, also Schmelz-Salz-Reaktoren, die mit Uransalzen dann arbeiten, das immer flüssig ist. Da gibt es ein halbes Dutzend von neuen Start-ups, die mit dem Geld der Internet-Giganten hier Milliarden und Abermilliarden finanziert werden. Das ist eine neue Revolution im Gang. Und wer ist nicht dabei? Wir Deutschen. Dann haben wir Defizite bei der Digitalisierung. Da tut sich jetzt ein bisschen was. Und wir haben Defizite bei den Neugründungen überhaupt, weil zu wenig Dynamik von Start-ups kommt in unserem Land. Wir haben keinen Kapitalmarkt, der diese Start-ups dann auffängt und ihnen Finanzierungsmöglichkeiten in hinreichendem Umfang zur Verfügung stellt. Das ist nicht mehr so schlimm, wie es schon mal war, aber da brauchen wir einen neuen Grundansatz, der dieses Land nach vorne treibt. Und die Grundidee muss überhaupt sein, mehr privat zu machen. Der Staat kann das nicht lösen. Die Politik diskutiert immer nur darüber, was sie machen kann. Und wenn sie das meint, wenn sie das diskutiert, dann meint sie Geld ausgeben. Geld für dies, Geld für das, dann Fördertopf und jenes. So kann man doch nicht eine Wirtschaft laufen lassen. Man braucht nicht diese zentral planerische Steuerung. Das führt ins Abseits. Sondern man muss die Marktkräfte sich selber entwickeln lassen. Die Unternehmen müssen kämpfen, dass sie Kunden kriegen auf den Märkten, statt, dass sie darum kämpfen, Geld vom Staat zu kriegen und hier noch einen Topf entdecken und dort noch, wo sie Anträge schreiben, damit ihnen da Geld zufließt. Das ist doch keine Funktion. ...setzt genauer an. Ja, willkommen in der schönen neuen Welt, wo wir mit grünen Produkten den globalen Markt erobern sollen. Leider hat niemand den Mut, diese Märche noch zu wiederholen. Denn statt einem neuen Wirtschaftswunder sehen wir nur, wie Deutschland seine eigene Industrie zerlegt. Aber hey, Hauptsache wir haben ein reines grünes Gewissen. Das bringt uns sicher den Wohlstand zurück. Oder? Gehen wir mal auf das Thema Energie ein. Was für eine geniale Strategie. Atomkraft abschalten, während der Rest der Welt sie wieder ausbaut. Deutschland steigt aus, Frankreich steigt ein und raten Sie mal, wer uns dann den Atomstrom verkauft. Richtig, unsere französischen Nachbarn. Aber klar, Hauptsache wir fühlen uns gut dabei, wenn wir Milliarden für Windräder und Solarpanels ausgeben, die im Winter ohnehin nichts bringen. Verbinden wir mal das Thema mit unserer Wirtschaft. Die Solarpanels, die wir uns stolz auf die Dächer montieren, kommen aus China. Und die Elektroautos? Na, die kommen auch aus China. Deutschland, das einstige Land der Ingenieurkunst, schafft es nicht einmal, bei seiner eigenen Klimapolitik einen Vorsprung zu gewinnen. Aber keine Sorge, wir sind ja Weltmeister darin, die Moralkeule zu schwingen, während die wirklichen Gewinner in Asien sitzen und uns unsere grünen Produkte verkaufen. Marktwirtschaft in Deutschland? Naja, noch ein bisschen. Aber in Berlin träumen sie schon davon, das Land in einen sozialistischen Zentralstaat zu verwandeln. Wettbewerbsfähigkeit ist wohl ein Konzept aus der Steinzeit. Warum sollte man sich noch die Mühe geben, wenn der Staat mit Subventionen und Hilfspaketen alles regelt? Willkommen in der schönen neuen Welt, wo Effizienz und Innovation durch Bürokratie und Planwirtschaft ersetzt werden. Ach, Blumberg meint also die Tage der industriellen Supermacht Deutschland sein gezählt? Wer hätte das gedacht? Aber keine Sorge, wir haben ja noch die demografische Katastrophe vor uns. Die Babyboomer verabschieden sich. Und Nachschub gibt es nicht. Zumindest keinen Qualifizierten. Stattdessen holen wir uns unqualifizierte Migranten ins Land, die unsere Rentenkassen leeren und unsere Sozialsysteme belasten. Aber hey, wir sind doch alle so schön weltoffen. Dass wir in puncto Digitalisierung und Innovation den Anschluss verlieren, ist nur ein Kollateralschaden unserer ideologischen Verblendung. Deutschland, einst das Aushängeschild Europas, befindet sich auf dem direkten Weg in die Bedeutungslosigkeit. Wir sabotieren unsere eigene Wirtschaft, unterwerfen uns der grünen Ideologie und öffnen die Tore für unkontrollierte Migration. Innovation und Wettbewerbsfähigkeit? Ach, das war einmal. Heute zählen nur noch moralische Vogue-Werte und der blinde Glaube an den großen Staat. Wer braucht schon Wohlstand, wenn man die ganze Welt retten will? Auf Kosten der eigenen Bürger, versteht sich. Es ist an der Zeit, aufzuwachen und den Irrsinn zu beenden. Schluss mit dieser ideologischen Selbstzerstörung. Deutschland muss zurück zur Vernunft. Kernkraftwerke wieder hochfahren, die Migration kontrollieren, den Sozialstaat abbauen und endlich wieder auf Wettbewerb und Innovation setzen. Wenn wir nicht handeln, wird aus der Industrienation Deutschland ein gescheitertes Experiment. Es ist noch nicht zu spät. Wehrt euch gegen die Zerstörung unserer Heimat und lasst uns das Land wieder auf den Weg des gesunden Menschenverstandes bringen. Seid offen, lasst euch den Mund nicht verbieten und diskutiert in den Kommentaren gerne offen und ehrlich. Das wär's von mir. Haltet die Augen immer offen. Servus.